Premiere. Erstmals bin ich in diesem Podcast selber vor der Kamera und bin total froh, dass ich zwei wirklich außergewöhnliche Gäste hier bei mir habe. Sie haben nämlich selber einen professionellen Podcast bei Audible, sag mal du als Biologin. Und wir haben hier den Sebastian Lotzkatt, er ist Herpertologe, aber ich muss natürlich sagen Zoologe, Spezialist für Amphibien und Reptilien und ist schon viel auf der Welt herumgereist, also was ich höre natürlich selber euren Podcast. Und fand also auch in Südamerika diese Exkursionen dorthin, was ihr dort berichtet habt, sensationell. Du bist auch Science-Slammer und arbeitest gleich in verschiedenen Naturkundemuseen. Die Julia Schnetzer ist heute nicht da, die ist schon wieder auf Exkursion sozusagen. Sie ist Marine Mikrobiologin und sie hat sich zwar im Studium mit Korallen, Bakterien und Viren befasst, aber sie interessiert alles, was sich unter und über Wasser tummelt und auch Landlebewesen sind total cool für sie. Und Jörg, wir haben uns im Vorfeld schon unterhalten. Du bist quasi auf zweiten Bildungsweg jetzt über die beiden zum Biologen geworden, wenn man so will, und hast eine steil aufsteigende Wissenskurve und du machst diesen Podcast wirklich genial, muss ich sagen. Also du holst das Wissen aus den beiden heraus, du stellst die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt. Warum möchte ich euch beide hier bei uns vorstellen? Das ist, weil wir haben ein Wahlmodul im Zoologiestudium Citizen Science, Wissenschaftskommunikation und Genderforschung. Vielleicht stellt ihr euch zwei ganz kurz einmal vor und auch damit, wie ihr zu diesem Podcast zusammengekommen seid. Vielleicht fangen wir mal mit Jörg an. Gern. Also ich heiß Jörg, ich bin von Haus aus Journalist und bin vor, was ist das, drei Jahre her? Das muss drei Jahre her sein, ja. Bald sind es vier Jahre. Ja, genau. Verdammt. Also der Chef von Geo hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, diesen Podcast zu moderieren. So bin ich dazu gekommen. Und ganz, ganz früher war ich Redakteur bei Geo, aber das ist wirklich ewig her nach der Hinnere-Nannenschule. Habe eigentlich gar keine echte Biologie-Verbindung, außer dass ich Natur durch diese Arbeit früher bei Geo irgendwie interessant finde und Umwelt. Und so kam ich dazu. Also ehrlich gesagt so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Aber die Jungfrau fand das Kinde dann nach kürzester Zeit super und wollte es auch nicht mehr runterlassen. Super. Sebastian? Ja, tatsächlich ist bei mir die Geschichte eigentlich so ähnlich. Also irgendwann, bei mir war das 2019, irgendwann klingelte das Telefon und da war, wie auch so schön sagte, der Chef von Geo dran, Jens Schröder, und fragte, ob ich nicht Lust hätte, so einen Podcast zu machen. Und nach fünf Minuten waren wir uns dann eigentlich einig. Und dann bat er mich auch gleich noch jemanden vorzuschlagen. Und dann habe ich ihm meine liebe Slam und Bio-Kollegin Julia vorgeschlagen. Und genau, so kamen die beiden Biologinnen dahin. Und kurz danach kam dann auch noch Jörg dazu. Ah ja, ja. Das heißt, ihr wart also im Bereich der Wissenschaftskommunikation, also du Sebastian und die Julia wart schon quasi praktizierende Wissenschaftskommunikatoren und habt jetzt die Gelegenheit, das Ganze dann auch für die Ewigkeit festhalten zu können in diesem Podcast. Wie war das denn bei dir, Sebastian, das Interesse an der Biologie? Wie hat sich denn das entwickelt und wie bist du denn dann zu deinen Berufen gekommen? Also das grundlegende Interesse, das, ja, da schiebe ich die Schuld ganz klar meinen Eltern in die Schuhe und weiteren Anverwandten so aus der Generation. Ich bin sehr draußen aufgewachsen. Wir waren oft draußen unterwegs, standardmäßig jedes Wochenende hier so auf den Bad Homburger Hausberg. Und meine Eltern waren halt auch irgendwie so Leute, die wussten dann eine Buche von einer Fichte und die wiederum von einer Kiefer und sogar einer Tanne zu unterscheiden. Und das hat halt alles irgendwie abgefärbt auf mich. Und hättest du den zehnjährigen Sebastian gefragt, was er werden will, der hätte gesagt, Naturfotograf oder Naturforscher irgendwo im Urwald. Und dann der 14-jährige Sebastian, der hat das so ein bisschen vergessen. Oder der 15-Jährige, der wollte eher Rockstar werden. Und tatsächlich habe ich mich dann gegen, also nach dem Ende meines Zivis war ich lange in Südamerika unterwegs und da kamen so ein paar Schlüsselerlebnisse wieder. Da stand ich irgendwann mal vor einer Schlange und habe gedacht, was ist denn das? Ja, und dann war irgendwie das Biostudium das geringste Übel, weil irgendwas musste man ja studieren und wurde tatsächlich mit jedem, mit jeder Vorlesung besser. Und ich war mir dann noch vor Ende des ersten Semesters sicher, dass es, das war so, dass das das Richtige war. Ah, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt nachhaken. Wo hast du denn Biologie studiert und warum warst du dir am Anfang nicht so sicher, ob du das durchziehst? Am Anfang, also so direkt nach der Schule, nach dem Zivi, da war ich eigentlich, war ich mir gar keiner Sache sicher. Da hatte ich keine wirklichen Pläne. Da hatte ich hauptsächlich den Plan B, Beachboy in Brasilien zu werden. Aber da musste man ja, das kennt man ja, also irgendwas muss man dann ja machen nach der Schule. Man kann nicht ewig rumgammeln. Da hat man jetzt ein Zivi gemacht und war dann noch monatelang in Südamerika. Und irgendwann muss man schon mal irgendwie so mit dem Ernst des Lebens beginnen. Und der Ernst des Lebens hieß dann halt Bio und der Ernst des Lebens hat total Spaß gemacht. Und ich bin dann immer mehr halt in diese organismische Draußenbiologie reingerutscht, habe gegen Ende die Gelegenheit bekommen, eine Diplomarbeit an der Goethe-Uni, wo ich studiert habe, zu machen in Kooperation mit dem Senckenberg-Forschungsinstitut. Das muss man immer so sagen. Senckenberg und die Uni Frankfurt, die sind, die gehören zusammen. Und nach dieser Diplomarbeit, wo es um Viecher in Venezuela ging, Amphibien und Reptilien, hatte ich die Gelegenheit, die Doktorarbeit dran zu hängen. Und weniger wegen des Doktors, als vielmehr wegen der Gelegenheit, nochmal ein paar Jährchen tolle Amphibien und Reptilien in tollen tropischen Wäldern zu sehen, musste ich da ja sagen. Ja, also das ist ja eine super Werbung für Biologiestudium, was du da jetzt gleich machst. Und natürlich insbesondere die Zoologie. Jörg, bei dir ist Storytelling ganz groß geschrieben, habe ich irgendwo in deiner Bibliografie gelesen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dich. Gerne. Also ich bin ja von Haus aus Journalist und das Storytelling ist ja eigentlich so ein Bullshit-Begriff. Alle benutzen das, aber was damit gemeint ist, ist ja so ein bisschen wolkig. Nein! Also und was ich darunter verstehe und ich glaube auch, was wir in dem Podcast praktizieren, ist, dass man halt die Dinge anekdotisch erzählt, auch mit Begriffen, die im Kopf lange hängen bleiben. Und vielleicht so ein Spezialaspekt, ich gestehe, ich habe es mir hier notiert, das Verbinden von Gefühlen und Fakten. Das klingt erstmal ein bisschen seltsam. Ich glaube aber ganz stark dran, weil Dinge, die bleiben im Kopf viel, viel länger hängen, wenn man eben Kontext schafft. Und dieser Kontext, das kann eben auch emotional aufgeladen sein. Ich habe auch ein Beispiel, was bei mir jetzt total zum Beispiel funktioniert hat. In einer der Folgen, die Teil unserer dritten Staffel sind, da reden wir über Blutsauger. Also blutsaugende Insekten, unter anderem Insekten. Und da kommt an irgendeiner Stelle der Aspekt, dass es auf Island keine Mücken geben soll. Und das ist eigentlich ja eine Trivilität. Und dann geht es im Podcast so weiter und dann sagt Sebastian irgendwas und dann widere ich darauf, naja, dann und dann, Julia und ich werden darauf nicht reagieren können, weil wir werden weggehen, wir gehen nach Island, weil wir wollen ja weg von Mücken. Und Sebastian fängt dann, weil er einfach, muss man echt sagen, geiler Typ ist, fängt sofort an, ein Stückchen von einem Song von Björk zu singen, die ja eine isländische Musikerin ist. Man könnte jetzt sagen, ist einfach lustig, aber der Storyteller in mir würde sagen, also Fakten, keine Mücken auf Island werden verbunden mit starkem Gefühl und auch noch Musikschleife. Ich werde das bis zur Bahre nicht mehr vergessen, dieses Ding. Und das liegt halt daran, wenn letztlich eine bestimmte Erzähltechnik angewandt wird, umso geiler, ehrlich gesagt, wenn Leute wie Sebastian das auch noch spontan raushauen. Und das funktioniert super. Und ich glaube an diesen Ansatz total. Und das ist quasi eine Dimension vom Storytelling. Und das Zweite, woran ich auch sehr, sehr glaube, ist, dass, wenn Leute sich Podcasts angucken oder jetzt auch vielleicht eine Sendung angucken, Thorsten, ich glaube, man ist an den Fakten interessiert. Man ist aber immer, immer auch an dem Pingpong zwischen den Menschen interessiert. Also das ist so ein journalistischer Blödelsatz eigentlich. Menschen interessieren sich für Menschen. Aber es ist so, dass eben die Leute miteinander irgendeine Art von Verhältnis haben müssen. Und der, was weiß ich, der Sebastian, der erzählt mir in jedem dritten Podcast, Jörg, du hast keine Haare mehr, du bist ein alter Sack. Ich finde das auch immer wieder lustig, weil es ja auch stimmt. Oder wir flirten mit Julia und die sagt dann, Jungs, haltet euch mal zurück. Und dieses Ding miteinander, dass man miteinander ein Ding am Laufen hat, das ist quasi für mich nicht Nebengeräusch, sondern es ist Teil von dem Ganzen. Und wenn es dann auch noch, man wirklich Glück hat und Leute wie jetzt zum Beispiel Sebastian am Start sind, mit denen das eben auch wirklich Bock macht und die so leichtfüßig sind, die also wie ein Boxer eben nicht wumm, 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 sondern das leicht so auspendeln können, dann funktioniert das meiner Ansicht nach super, weil ein Teil auch dann auch unplanbar wird, weil eben gar nicht klar wird, in welche Richtung der Sebastian gleich eine Rakete startet. Und für Julia gilt das, by the way, auch. Die kann auch unglaublich schnell reagieren. Und das macht es halt toll, weil es dann halt nicht auschoreografiert ist. Ja, einen Teil muss man sich vorüberlegen natürlich. Aber dieses spontane Element mit Leuten, die man gut kennt, das, glaube ich, ist ein bisschen knall. Ja, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Wissenschaftskommunikation, dass man die Hörerinnen mit einbezieht, quasi in die Welt, sie quasi mit an die Hand nimmt, in die Welt der Wissenschaft entführt und dass man auch sieht, dass das Ganze irgendwo menschlich ist, dass auch die Wissenschaftlerinnen menschlich sind, dass auch die letztlich Emotionen haben. Ja, diese blutsaugenden Insekten wecken natürlich Emotionen, schlaflose Nächte, aber auch natürlich Drohszenarien wie invasive Arten, Moskito, Mücke oder auch Vektor für irgendwelche Erkrankungen, die wir alle nicht hier bei uns in unseren Breiten haben wollen. Und ja, dann, ja, genau, Tigermücke. Dann überlegt man natürlich, ja, was ist denn das? Jagdzeckel. Ja, genau. Und ich sage sehr kleines Insekt, was es ohnehin nicht leicht hat, aber natürlich deswegen umso gieriger ist auf uns. Naja, gut. Ah, Jörg, vielen, ja, natürlich, gerne. Thorsten, ich würde gerne noch eine Sache ergänzen. Ja, ich will noch eine Sache ergänzen, weil das auch ist, wo der Sebastian stark ist. Nach der Aufnahme kriege ich vom Sebastian wie immer 50 Euro, weil ich ihm so viele Showtreppen jetzt brauche, aber es stimmt wirklich. Ich glaube, dass in der Kommunikation und bei dem Postcard als solchen auch ein weiterer Punkt, glaube ich, wichtig ist. Und das ist also jetzt blöd Fachwort, responsiv, aber letztlich eben beantwortend und reagierend aufs Publikum. Und das ist natürlich erst mal verrückt, wenn eine Sache im Studio stattfindet, ist da ja kein Publikum. Aber Julia und Sebastian gucken sich halt unheimlich genau an, was die Hörerinnen und Hörer wollen. Und ich glaube, die Ansprache innerhalb des Podcasts, heute hat uns, was ich, Roger geschrieben oder wir reagieren jetzt auf eine Frage von Elisabeth aus Wien. Das ist, da geht quasi der Wissenschaftler von seinem Podest runter und macht sich, wenn man so will, gemein, ja, aber auf eine gute Art. Der geht zwischen die Leute und kommt in den Dialog und das nimmt halt einfach die Menschen mal ernst. Und das ist quasi, ich glaube, wenn es einen Hemmschuh gäbe für den Normalo bezüglich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Sebastian und Julia, dann wäre das ja unter Umständen, dass man denkt, die sind vielleicht viel schlauer als ich oder vielleicht wollen die auch gar nicht mit mir reden. Aber wenn dann der Wissenschaftler quasi erstmal auch so normal aussieht, normal redet und dann auch noch direkt sagt, ah ja, das ist die Frage von Roger oder von Elisabeth, das macht einen total validen Punkt und nimmt halt das nicht akademische Publikum, die Akademie sind eigentlich Latte, aber die normalen Leute ernst. Und das halte ich für total wichtig. Da merke ich auch, da ist doch der Kleinstadtjunge in mir, der immer das Gefühl hat, vielleicht zu blöd zu sein, der fühlt sich dann total hochgehoben von Leuten wie Sebastian und Julia. Und das ist, glaube ich, für Kommunikation super duper wichtig. Sehe ich genauso. Also sowohl was die persönliche Ansprache des Ernstnehmendes, Eingehendes, Responsive betrifft, als auch was den Spaß bei der Sache betrifft, den du zuerst erwähnt hast, bin ich ganz auf deiner Seite. Muss aber auch jetzt hier mal ganz klar und explizit staten. Also Jörg tut immer so, als wäre ich irgendwie ganz toll und könnte alles ganz super. Und das ist nicht so, ja. Also vielen Dank, Jörg. Ich fühle mich sehr geehrt. Aber wir hatten ja gesagt, 50 Euro, ne? Also ich finde das nicht in meinen Mails, die ich hier parallel stecke. Ach, das haben wir mündlich ausgemacht. Ja, einmal vielen Dank. Ja, Thorsten, jetzt musst du wieder eine Frage stellen. Einige Fragen von denen, die ich mir vorbereitet habe, hast du jetzt schon ein klein wenig vorweggenommen. Also ich sehe, ihr seid hoch motiviert, gute Wissenschaftskommunikation zu betreiben und ihr bindet euer Publikum mit ein. Das scheint euch also sehr wichtig zu sein. Und das denke ich, das bahnt auch irgendwo den Kontakt zur Community. Und insbesondere die Biologie, ich sage es immer, ist ja eine durchaus sehr komplexe und schwierige Wissenschaft, weil sie ja quasi alle Naturwissenschaften irgendwo vereint und auch komplexe Dinge betrachtet. Und deswegen komme ich dann vielleicht gleich zu einer Frage. Sebastian, vielleicht frage ich dich das direkt. Was, glaubst du, könnte der größte Fehler von Wissenschaftlerinnen bei der Kommunikation ihrer Arbeit sein, den sie in der Wissenschaftskommunikation machen können? Also der allergrößte Fehler wäre gar nicht zu kommunizieren, was man forscht, was man herausfindet und vor allem wie man es herausfindet. Aber da du ja in der Wissenschaftskommunikation jetzt schon mit hinzugefügt hast in die Frage, reden wir nicht von dem Fehler? Also der größte Fehler meiner Ansicht nach, den man machen kann, wenn man seine Wissenschaft kommuniziert, ist, dass man das versucht, in seiner Fachsprache zu tun und so zu tun, als würde man es eben FachkollegInnen erklären. Dass man es nicht schafft oder vielleicht auch gar nicht erst versucht, seine Sprache, die Beispiele und die Sachverhalte, so runterzubrechen, dass auch Lieschen Müller sie verstehen kann. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, nichts gegen Lieschen Müller, aber es ist uns vollkommen klar, Thorsten, dass du und ich nach einem Biostudium und einer Promotion über manche Sachverhalte halt einfach anders schnacken können in unserer eigenen Sprache, in unserem Jargon, als ich das mit meiner Mutter könnte oder mit meinen Kindern oder mit guten alten Freunden. Und das ist der größte Fehler und der allergrößte Fehler, den jemand machen kann. Und das habe ich neulich mal erlebt und da ist mein Herz stehen geblieben fast, ist zu Beginn eines Vortrags für ein allgemeines Publikum erstmal drei Minuten darauf zu verwenden, dass man jetzt versuchen wird, seine eigene wichtige Forschung und seine eigenen tollen Gedanken soweit zu vereinfachen, dass die blöden Idioten im Raum das auch verstehen. Dass das ja immer das Schwierigste sei, jetzt mal so babymäßig einfach zu reden, damit auch alle Anwesenden ganz sicher verstehen, was gemeint ist. Und also da war ich kurz davor aufzustehen und rauszugehen und es juckt mich immer noch in den Fingern, dem Menschen eine Mail zu schreiben, dass das total daneben war. Da hätten wir ihn besser nicht verstanden, als zu verstehen, dass er uns zu verstehen gibt, dass er uns alle für total blöd hält. Ja, das zeigt jetzt auch, was dich motiviert, gute Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Also quasi auch auf Augenhöhe über die Dinge, die dich ja total faszinieren, auch berichten zu können letztendlich. Vielleicht ganz kurz dazu, Sebastian, was interessiert dich denn besonders in der Biologie? Du bist ja jetzt auch in einem Job, wo du, also in Naturkundemuseen oder ich habe gelesen, gleich in mehreren Naturkundemuseen ist es ja ein massiver Teil deines Berufs, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Das heißt, du bist Profi da drin. Was würdest du jetzt einer angehenden Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin an die Hand geben wollen, was sie als Skill besitzen sollte jederzeit, wenn sie über ihr Fach berichtet sozusagen? Nun ja, letzten Endes ist es, glaube ich, die hauptsächliche Skill oder die Grundvoraussetzung ist, dass man erstens verstanden hat, wovon man da jetzt gleich erzählen will, weil nur dann kann man das quasi frei umformulieren, kann sich frei aus der Kiste, aus dem Sack der Möglichkeiten und der Fakten und der Sachverhalte bedienen. Und zweitens, und da gibt es ja so Übungen, also wahrscheinlich haben wir alle irgendwann mal diverse solche Workshops mitgemacht, also das Kitchen-Shout-Model und so Vereinfachungsübungen. Also ich sage immer, du musst die Sachen so erklären, wie du sie deiner Oma, deiner Tante, deinem kleinen Neffen oder deinem alten Schulfreund, der ganz was anderes macht, erklären würdest. Also eigentlich ganz normal, frei von der Leber her, reden. Und was sehr dabei hilft, ist, wenn man das mag, worüber man redet. Wenn man da eine gewisse Leidenschaft, eine gewisse Begeisterung hat. Denn das ist tatsächlich auch was, ich finde, das kann man sehen, ob jemand, ganz egal wie jemand drauf ist, ob jemand jetzt schüchtern ist und eher vorsichtig oder ob jemand jetzt so ein extrovertierter Rampensau ist wie ich, das kann man den Leuten ansehen, ob sie für ihr Thema brennen, ob sie tief drinnen ihr Thema toll finden oder nicht. Das wären so meine Ratschläge. Und immer mal wieder aus sich rausgehen, vielleicht auch mal ein Video von einem Auftritt schauen oder sich selbst aufnehmen und überlegen, hätte der Mensch, der jetzt gerade im Bus neben mir sitzt, damit was anfangen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist vielleicht eine Frage an euch beide. Gute Hinweise, glaube ich. Inwiefern spielt ein Perspektivenwechsel, also sich selber in die Bedeutungswelt des Publikums zu versetzen, was bedeutet das für das Publikum, dieses, was ich kommunizieren möchte? Wie wichtig haltet ihr das? Weil man will ja was damit anfangen können. Was sagt ihr dazu? Und wie, 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 ja gerne, ja? Wenn ich anfangen darf, also journalistisch gesprochen, ja, ich glaube, es ist gut, also man, im Journalismus sagt man immer, man muss die Leserin oder den Leser kennen. Das ist jetzt ein bisschen eine Binsenweisheit. Das kann aber zum Beispiel im Kontext von diesem, von dem Podcast bedeuten, dass man sich überlegt, in welcher Situation hört derjenige das eigentlich oder diejenige. Wir haben zum Beispiel Feedback bekommen von Leuten, die, die hören das abends im Bett. Da war eine junge Mutter, die hört das beim Stillen ihres Babys. Da ist ein Typ, der macht eine Weltumsegelung, glaube ich, ne? Der hört das beim, wenn er am Ruder steht, ne? Oder am Steuerrad. Und ich glaube, wenn man weiß, dass das tendenziell also Alltagssituationen sind oder die Leute abends im Bett liegen und vielleicht auch schon platt sind und das gucken, hören statt Netflix zum Beispiel, dann denke ich mir zum Beispiel, okay, das muss erstmal ein bisschen was Niedrigschwelliges sein. Und, das ist jetzt ein Punkt, ich gestehe, ich habe es mir aufgeschrieben, dass es vorne, wenn man das ganze Produkt verkauft, einen Teaser gibt, der so niedrigschwellig ist, dass man auch Bock hat, quasi das Produkt zu kaufen. Weil zum Beispiel, da jetzt Sebastian hier sitzt, ja, Sebastian hat ein Buch geschrieben, das heißt Keine Bange vor der Schlange. Das könnte aber auch heißen, das ABC der Reptilien, was offiziell ein sehr, sehr schlechter Titel war. Weil da denkt man, man muss total viel wissen, bevor man sich das reinzieht. Und das Gleiche gilt ja für unseren Podcast. Der könnte ja auch heißen, das Panoptikum der Phänomene der Biologie und Außenwelt. Nur das hört dann halt keiner. Das heißt, also Energie darauf zu verwenden, wie heißt das Ding eigentlich? Und den Teaser-Text, und das ist im Journalismus richtig eine Unterwissenschaft, also wie schreibt man so einen guten Teaser? Und die Leute von Audible, die sind natürlich, die NASA, was Kommunikation betrifft, die sind sehr, sehr gut. Und der Hack-Mac, den wir machen, damit der Teaser gut geschrieben wird. Also, und ich bin jetzt in meiner Selbstvernehmung hier der natürlich geilste Schreiber aller Zeiten. Das geht aber trotzdem noch über Sebastians Tisch und über Julias Tisch. Und beide ändern das nochmal. Und die Leute bei Audible ändern es nochmal. Und da guckt nochmal jemand drauf. Und das ist auch genau richtig. Weil das ist quasi die Restaurant-Tür. Und wenn die hässlich ist oder klemmt, dann ist es halt Mist. Und diesen, also quasi die Tür muss sich nicht nur öffnen, sondern muss sich den Menschen vorstellen, der durch diese Tür gehen will. Und ich denke dann oft an jemanden, der abends ähnlich wie ich, Kinder im Bett, halb neun, ist platt, liegt im Bett, und will jetzt noch was haben, was aber nicht nur so Flachpfeifenzeug ist, also irgendwie einen Anspruch hat. Aber es braucht halt diese Tür vorne. Die muss halt ganz leichtgängig sein. Und da rein Energie zu verwenden, das halte ich für total wichtig. Ja, ja. Ist das verständlich? Unbedingt. Sebastian, magst du noch was ergänzen dazu? Also, gibt es wenig? Ja, gerade. Also wir sind im Wesentlichen jetzt schon ein bisschen auch in die Konzeption gekommen, wie solche Podcast-Folgen vorbereitet werden und welche Schritte dabei besonders wichtig sind. Da würde mich gerne die Sichtweise eben vom Sebastian, den man ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ja, der ja auch vor Wissen sprudelt und auch irgendwo manchmal vielleicht ein bisschen gezähmt werden muss. Wie geht es da bei dieser Konzeption dieser Folgen? Wie oft kommt ihr da vielleicht auch untereinander ins Streiten, die Julia, der Sebastian und der Jörg, dass man irgendwie sagt, na, das ist jetzt doch zu einfach, einfacher als es vielleicht der Bereich erlaubt? Oder wie geht ihr da vor? Wie kann man sich das vorstellen? Sebastian, vielleicht aus deiner Sicht? Also zuerst streiten tun wir uns natürlich nie. Nö, tatsächlich haben wir uns noch nie so richtig gestritten. Also Meinungsverschiedenheiten kann man ja auch, sag ich mal, konstruktiv lösen. Also zuallererst steht die Themenfindung. Und da schmeißen wir quasi in den Hut, auf was für Themen wir Bock hätten. Also Themen, die uns interessieren, die wir spannend finden. Und in diesem Hut befinden sich gleichzeitig halt eben die ganzen Themen, die unsere HörerInnen sich gewünscht haben. Also es ist tatsächlich so, und ich muss jetzt das auch den Ball nochmal zurückspielen. Es ist nicht so, dass nur Julia und ich aufmerksam alles lesen, was da reinkommt, sei es als Rezension über Audible.de oder als E-Mail an Biologie-Podcast at Audible.de. Sondern auch Jörg liest das alles. Habe ich zumindest den Eindruck, weil ich stehe nicht die ganze Zeit neben ihm. Und ich weiß nicht, was er 24 Stunden alles treibt. Aber ich habe immer den Eindruck, also oft ist es Jörg, der mich auf irgendeinen speziellen Satz oder Wunsch oder so in einem HörerInnen-Feedback hinweist. Und genau, dann rühren wir diesen Hut einmal kräftig durch und dann ziehen wir da irgendwas raus und orientieren uns dabei halt tatsächlich auch so ein bisschen am aktuellen Geschehen. Also es gibt tatsächlich auch eine Strichliste. Also wie oft wurde jetzt zum Beispiel das Thema Frösche gewünscht? Und wenn das Thema, also wenn jetzt ein gewisses Thema ganz oft gewünscht würde, dann hat das Prio. Und da kommt jetzt quasi ergänzend zu dem, was Jörg eben sagt. Dann musst du deine Kundschaft in Anführungsstrichen kennen. So ein alter, goldener Satz aus der Vermittlung, der mir nie aus dem Kopf gehen wird, weil es war das Credo, es war eines der drei Motti, kann man so sagen, von dem ersten Menschen, für den ich freiberuflich Führung gemacht habe, dem Leiter und Gründer der Grünen Schule im Palmengarten Frankfurt, wo ich auch aktiv bin. Der meinte immer, Sebastian, du musst die Leute da abholen, wo sie stehen. Wenn wir jetzt hier Tropenführung machen und es ist Winter, dann bleibst du erstmal noch draußen stehen und fragst, warum die Blätter nicht an den Bäumen hängen und was hier eigentlich gerade los ist. Und dann gehst du in die Tropen und dann wird den Leuten klar, dass das irgendwie so, wie das funktioniert. Und das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig. Welche Relevanz hat das für die Menschen? Nicht nur, was sind das überhaupt für Menschen und wie und wo und wann konsumieren sie unseren Podcast oder auch andere Formate der Wissenschaftskommunikation, sondern wie kann man quasi, da geht es ja auch dann um Motivation, dann weiter zuzuhören, überhaupt an ein Thema heranzugehen, sich was erzählen zu lassen. Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Natürlich kann ich jetzt hier was erzählen über die Ultrastruktur der Dorsalschuppen einer bestimmten Viper oder so. Und das ist für mich spannend und für andere vielleicht auch. Aber genau, was juckt das andere Leute? Die Frage sollte ich mir immer stellen. Und die stellen wir uns tatsächlich auch immer. Wie können wir das irgendwie, wo sind die Anknüpfungspunkte ans normale Leben hier in Mitteleuropa, was unsere Hörerinnen und Hörer führen? Wo gibt es da die Schnittmengen? Also das heißt, ihr versetzt euch tatsächlich in die Bedeutungswelt eurer Hörerinnen und Hörer und versucht es dann eben so aufzubereiten, dass es Bedeutung hat. Also wir wissen jetzt beispielsweise auch aus der Forschung, dass man ja auch besonders effizient und effektiv auch lernt, wenn es Bedeutung für einen hat. Das war möglicherweise auch in unserer Evolution so. Wir haben in der Natur mit allen Sinneseindrücken wirklich am besten gelernt und hatten dort wirklich eine Vorstellung von dem, was eine Entscheidung für uns bedeuten kann. Und ihr müsst jetzt natürlich auch, und das ist auch mein Eindruck, wenn ich euren Podcast gehört habe, auch irgendwie so eine Welt drumherum schaffen. Also man fühlt sich, man taucht auch wirklich gut ein, wenn ihr erzählt davon, wie man letztendlich zu diesem und jenen Wissen gekommen ist. Und das ist dann wieder der Punkt Storytelling. Wie ist denn das, Jörg, musst du da viel editieren, wenn es jetzt darum geht, das in ein Storytelling zu verpacken? Oder machen die beiden das ganz von allein? Wie ist denn das so, wenn ihr so einen Podcast vorbereitet? Das war, das ist eine der Schockerfahrungen gewesen mit Julia und Sebastian, weil normalerweise als Journalist stehe ich ja quasi vor Fachleuten und habe mit denen so einen Ringkampf, dass die halt quasi ihr Jägerlatein nicht ablegen wollen und auch die Komplexität nicht runterregeln wollen. Jetzt sind die beiden, und das war für mich wirklich, also richtig überraschend, nicht, also überraschend ist eigentlich das Wort zu klein, überraschend, Turbo, die sind in dem Feld schon sehr, 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 sehr gut. Das heißt, der Journalist, der quasi dem Wissenschaftler immer sagen muss, nee, das ist jetzt so kompliziert, diese Rolle, die brauche ich da ganz, ganz selten. Und das ist für mich auch am Anfang richtig seltsamer gewesen, weil ich wusste zwar, dass es Science Slam gibt, ich glaube, ich habe in Hamburg einmal sowas gesehen, aber ich wusste nicht, dass die Leute, die das können, quasi unheimlich viele, dieser journalistischen Kulturtechniken schon können. Deshalb war, ist dieses, ich muss es jetzt mal übersetzen, das ist ganz, ganz selten. Es ist eher so, also wenn, dann ist es eher so, dass ich als derjenige, der halt offensichtlich, also the stupidest kid in the room ist, öfter mal dann nochmal sagen muss, okay, können wir nochmal das eine Fachwort nochmal sagen und vielleicht nochmal erklären. Wobei auch hier haben wir so vom quasi Niveau-Design auch nochmal nachgeschärft, das ist, also muss man auch gucken, wie flach darf das fliegen, dass es nicht Sendung mit der Maus wird. Und was ich, worauf ich so ein bisschen achte, und das ist aber, glaube ich, was Natürliches, ist, dass ich zwischendurch, während Sebastian und Julia was erzählen, und das ist halt, da wird es, ja, das ist vielleicht 35 Minuten immer so, dann vielleicht eine Folge, dass es so ein langer Bogen ist, dass ich manchmal wie so einen Stopp mache und sage, okay, das, was wir bisher gehört haben, wäre dann ja so ungefähr und das ist, glaube ich, auch dem Audioformat geschuldet, weil wenn wir jetzt das lesen würden, dann würde man vielleicht auch mal nochmal blättern und dann mal auf die letzte Seite gucken. Das geht ja bei Audio nicht, man könnte zurückspulen, macht nur kein Mensch, glaube ich. Deshalb sind dieses, quasi das, so ein ganz bisschen darauf achten, dass es ein Zwischenfazit gibt. Das ist etwas, worauf ich achte, aber auch das machen die beiden die allermeisten Fälle. Und insofern, das ist also eine sehr, sehr einfach, einfach zu machende Sache mit denen, weil die halt selber in dem Feld richtig ausgebildet sind. Vielleicht Mini-Anekdote dazu, was auch ein bisschen meine Arroganz als Journalist zeigt, weil die, nicht nur Sebastian ist der Buchautor, auch die Julia und das Buch, mit dem sie gerade draußen ist, Wenn Haie leuchten, das ist schon sehr, sehr süffig geschrieben. Und ich habe das gekauft und gelesen und habe dann, wäre vor einer Aufnahme, mich an Julia so am Sofa so rangewanzt mit einem Kaffee und habe dann so gefragt, weil ich ganz sicher war, dass jetzt eine Antwort kommt, wer denn eigentlich Co-Autor war oder wer das für sie mitgeschrieben hat. Und die sagte nur, äh, niemand, das habe ich selber geschrieben. Und ich dachte, ach du Liebesbrötchen, weil das ist jetzt, da würden schon mehrere Journalisten sich die Finger dran abbrechen, weil das Ding ist sehr, sehr unterhaltsam geschrieben. Das hat Spannungsbögen und unterschiedliche Einstiegsformate mit szenisch oder faktisch oder, oder. Und insofern, das ist also quasi, ich glaube auch wirklich atypisch, dass man auf Wissenschaftler trifft, die das schon so sehr können. Macht meine Rolle ein bisschen klein, deshalb versuche ich mich auch jetzt in dieser Sendung immer so ein bisschen nah an die Kamera zu bewegen. Aber das ist also, deshalb macht es den Job natürlich auch Spaß. Da muss ich jetzt eine Rückfrage stellen. Du hast gerade gesagt, so man spult ja nicht zurück beim Audio. Da muss ich widersprechen. Ich schon. Nachdem ich ja euren Podcast selber höre, also zum Beispiel die Folge, wo es darum ging, die Welt im UV-Licht, wo man sich halt auch so eine Sperrfilterbrille aufsetzt, da habt ihr kurz darüber berichtet. Eine super Folge. Man hat sich das super gut vorstellen können. Aber ich hätte das, also ich kenne diese Technik natürlich, aber ich habe mir sofort gedacht, damit ich das gleich selber irgendwie ausprobieren will, das war für mich quasi so eine Art Call to Action. Und jetzt will ich das sehen. Und da würde ich mir dann zum Beispiel versprechen, dass es irgendwie so ein begleitendes Medium gibt. Bei YouTube kann man das ja machen. Da kann man in die Videobeschreibung kann man zusätzliche Links packen. Das werde auch ich hier nachher mit euren Dingen tun. Also die Bücher, die ihr geschrieben habt oder Podcast natürlich. Aber eben, dass man so weiß, ja wo kriege ich denn ein solches Material? Und dann muss ich immer, muss ich zurückspulen normalerweise als Hörer, um mir das dann zu notieren beispielsweise. Das ist so ein bisschen ein Nachteil bei einem reinen Audio-Podcast. Das ist vielleicht gerade als Anregung. Eine Sache interessiert mich jetzt noch total. Ihr hört ja sicherlich vielleicht auch selber Podcasts. Und was sind denn eure Lieblings-Podcasts? Also andere als eure natürlich. Und welche Eigenschaft schätzt ihr an denen? Sebastian, willst du anfangen? Alter Vorschönheit, Jörg. Du zuerst. Alles klar. Du siehst, Thorsten, wie das hier läuft. Also es gibt was, das heißt History Revisited. Das macht so ein amerikanischer Historiker. Und der nimmt sich so trivialst Dinge eigentlich aus der Weltgeschichte und erzählt die nochmal neu. Und der ist halt so ein Hyper-Rechercheur. Und das finde ich total super. Das höre ich unheimlich gerne. Das ist halt fast hörspielhaft, auch so mit Audio-Einblendungen. Das ist jetzt was, was mich so während der Corona-Zeit abends so gut ins Bett gebracht hat. Das mochte ich total. Sag mal du als Psychologin, ist jetzt was, was ich auch selber interessant finde, weil jetzt, also ernste Antwort, in meinem Umfeld sind während der Corona-Zeit so viele Leute psychisch baden gegangen und hatten echt Probleme, dass ich fand, dieses Thema Psychologie und seelische Gesundheit ist, das ist so viel wichtiger als sonst. Ich weiß, ich klinge gerade total pastoral, aber ich meine es eben auch so. Genau. Und dann gibt es diesen von Juan Moreno vom Spiegel. Das halte ich auch für super Zeug. Aber der ist halt auch ein geiler Typ, der Juan Moreno. Das sind die Sachen, die ich so höre. Und ich höre aber ansonsten auch jetzt, es ist kein Podcast, aber ich höre unglaublich viel Hörbücher, weil ich dieses Sound im Ohr, das ist für mich, das liebe ich. Den Herrn der Ringe habe ich doch nicht fünfmal gehört. Ich habe den Herrn der Ringe nur zweimal gelesen, dafür einmal in Portugaisch. Ich komme tatsächlich, komme ich aus der Hörspielecke. Ich bin ein großer Drei-Frage-Zeichen-Fan und wann immer ich kann, höre ich eine gerne möglichst klassische Drei-Frage-Zeichen-Folge zum Einschlafen tatsächlich. Ich bin tatsächlich nicht auf irgendwelche Podcasts abonniert, in dem Sinne, dass ich die regelmäßig konsumiere, außer natürlich unseren eigenen. Den finde ich super. Nein, ich bin eher so jemand, der beim Recherchieren, beim freien Herumwabern im Netz dann eben auf Formate stößt. Und dann gibt es da, also ich denke jetzt an Deutschlandradio oder irgendwelche netten Beiträge, Wissenschaftssendungen. In dem Zusammenhang lande ich zum Beispiel immer öfters auch mal bei NDR-Synapsen, dem Wissenschaftspodcast. Genau, also ich bin eher so ein Random-Podcast-Konsumierer. Das Einzige, was wirklich regelmäßig durch meine Ohren geht an gesprochenem Wort ist, sind die drei Fragezeichen, Justus, Peter und Bob. Geil, das ist super. Da möchte ich mich übrigens hinten einklinken. Das ist bei mir auch immer noch ein Ding. Das ist auch total cool. Ich habe es natürlich in meiner Kindheit auch. Je härter der Tag, desto Justus Jonas. Euch auch kennengelernt. Wenn man sich das anschaut. Das ist alles ein spezial gelagertes Mal. Wie viele Sprecher da jetzt schon über diese ganzen Jahrzehnte, die es die gibt, gewechselt haben. Vielleicht dazu eine Ergänzung. Jetzt muss ich kurz klug scheißern. Es gibt einen Podcast. Ich muss eine Sache noch ergänzen. Es gibt einen Podcast über die drei Fragezeichen, wie sie gemacht werden. Der Bobcast heißt das. Das ist total geil. Weil das ist alles in meinem selben Studio in Hamburg bei so einer alten Lady. Und dann erzählen die über die Aufnahmesituation und wer das Skript geschrieben hat. Und das ist total geil. Also unser Sohn hat mich dahin geschubst. Und das ist wirklich reines Gold. Das war es mir schon. Ja, also wenn einen das technisch interessiert, und das wird wahrscheinlich bei einem Journalisten sowieso der Fall sein, wie solche Dinge, also dieses Making-of, aber das sehe ich auch bei meiner Tochter beispielsweise, dieses Making-of Harry Potter beispielsweise, oder diese, da gibt es welche, die machen einen Podcast, die diskutieren quasi live Szenen aus dem Film, auch aus biologischer Sicht beispielsweise. Das ist auch hochinteressant. Oder ein ehemaliger Masterstudent von mir, der YouTube-Biologe, ist fürchterlich erfolgreich geworden, in dem Augenblick, wo er Seven vs. Wild aufgegriffen hat und eine quasi Side-by-Side-Analyse vorgenommen hat, ja, wie gefährlich war das jetzt wirklich, was bedeutet das aus der Sicht der Wissenschaft und so weiter, spielt auch viel mit Emotionen, auch natürlich mit Ängsten beispielsweise. Und das mögen die Leute recht gerne, ja. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende der Zeit, die wir uns so ausgemacht haben. Welche Ziele habt ihr denn für euren Podcast in der Zukunft? Und wie plant ihr das zu erreichen? Ich habe den Eindruck, es ist ja auch nicht so ganz leicht, eine nächste Staffel zu planen. Da wird es wahrscheinlich auch ein Revision-Board irgendwo geben. Das ist ja auch alles nicht ganz billig sozusagen. Wie geht es denn da weiter? Also es wird jetzt eine neue Staffel kommen, denke ich, ne? Tja, Sebastian, du oder ich? Ja, es wird eine neue Staffel rauskommen. Also eine dritte Staffel ist in der Mache. Mein persönliches Ziel ist, das Feedback unserer wirklich sehr geschätzten Hörerinnen und Hörer zeitnäher zu beantworten. Ich habe da noch einen Riesenhaufen Mails als zur Beantwortung markiert. Und genau, bin bisher einfach schlicht noch nicht dazu gekommen wegen anderen Verpflichtungen wie Hauptberuf und Familie und so weiter und so fort. Ich würde gerne mein Zeitmanagement dahingehend und insgesamt verbessern. Ja, jetzt grinst Jörg immer breiter. Genau, ich glaube, der einzige Grund, dass es noch nicht richtig geknallt hat hinter den Kulissen, ist, dass Jörg und Julia so nachsichtig sind mit meinem schlechten Zeitmanagement. Also das ist mein persönliches Ziel und dann, also wegen mir könnten wir gerne jedes Jahr für den Rest des Lebens eine Staffel raushauen und ich glaube, die Themen würden uns nicht ausgehen. Vielleicht würden sie es dann schaffen, alle Themen, die wir spannend finden, irgendwann mal verarbeitet zu haben, wobei ich habe da Zweifel. Mein Ziel wäre, Merchandise, Baseballkappen, Handyhüllen, Gürtel, Taschen, T-Shirts, Scheißtauze, das ist alles nicht mein Ziel. Aber es wäre natürlich super. Aber jetzt ernste Antwort. Ich unterrichte auch an der Journalistenschule Klimawandelkommunikation. Und ich finde, also was mich total interessiert, auch in Zukunft bei diesen Themen, ist und das, also auf dem schmalen Grat, sich gut zu bewegen zwischen der Laden geht dem Bach runter, wenn wir nicht viel, viel schneller reagieren. Und das aber so zu kommunizieren, dass die Leute nicht wie so ein Kanickel auf der Autobahn nur noch in die Scheinwerfer des Lkw gucken. Und das hinzukriegen kommunikativ, das ist meiner Ansicht nach, ist ernsthaft, das ist die Aufgabe der Zeit, dass man das so schafft. Julia hat kürzlich, oder wir haben gemeinsam, also sie war da so ein bisschen federführend, eine Folge über das Wattenmeer gemacht und sie hat dezidiert gesagt, wir machen daraus nicht eine Katastrophenfolge, sondern wir gucken einfach, was da ist und was gut ist. Und das so richtig abzumessen, also die Leute aus dem Startblock zu kriegen, aber ihnen nicht das Gefühl von Hoffnungslosigkeit zu geben, das finde ich, diesen Regler richtig einzustellen, von Folge zu Folge oder mal so, mal so, das finde ich das Ding. Und das super hinzukriegen, weil wenn, ich sehe es ja an mir selber, durch Sebastian und Julia, bin ich für mich echt aus dem Quark gekommen. Viel weniger Fleisch, ganz anderes Verhalten im Garten, viel weniger wegschmeißen, auch von Lebensmitteln. Also jetzt nicht, ich bin wirklich hier nicht Jesus, ja, bei uns gehen auch Sachen einfach weg, aber bei mir hat es was gebracht. Und wenn wir das schaffen, eine relevantere Gruppe, größere Gruppe von Leuten zum Bewusstsein zu ändern, die halt dann nicht, eben sich nicht mehr wie offene Hose verhalten, das fände ich mega und das wäre für mich ein Ziel. Ja, wieder schön, Pastoral. Ja, super. Aber ich meine es so ernsthaft. Es gibt ja ja auch noch den Podcast, sag mal du als Physiker. Ich nehme das bei mir in den Vorlesungen. Es ist immer so, früher hat es da so eine Art Schulenkonflikt gegeben. Die Physiker sehen sich so als die harten Naturwissenschaften und die Biologen und Biologinnen sind so, das sind so die Soft-Naturwissenschaften. Und da hat es ganz viele Dinge gegeben, wo Physiker gesagt haben, also das, was ihr da berichtet, unmöglich, das kann gar nicht sein. Bis man es messen konnte sozusagen. Und irgendwie habe ich mir immer wieder gedacht, das schreit ja eigentlich danach, um mal so eine Cross-Podcast-Folge zu machen. Zwischen den Physikern und den Biologinnen und einfach mal so Biologie gegen Physik. Habt ihr sowas in Planung oder ist das nicht denkbar bei sowas Komplexen wie Audible? Also wir, meines Erachtens ist da jetzt nichts konkret geplant, jetzt zu diesem Zeitpunkt schon. Ich glaube, wir hätten alle nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Das ist so, dass wir tatsächlich im sporadischen, freundschaftlich-kollegialen Kontakt mit den Physikern stehen. Also ich habe gerade erst, wurde ich von Physiker-Seite gefragt, ob wir dieses und jenes Thema schon irgendwie vertieft hätten oder ob wir es schon in der Pipeline hätten, weil sie würden jetzt jenes und welches machen. Und wenn wir schon hätten, dann würden sie abkürzen und auf uns verweisen. Und ich habe halt gemeint, nee, aber gute Idee, du hast recht, jetzt wo du es sagst, also verweis ruhig auf uns, wir machen das dann mal und dann verweisen wir zurück auf euch, wann immer es schwierig und physikalisch wird. Genau, also das gab es jetzt schon öfters, so Crossover-Absprachen. Und ich weiß, die Physiker haben auch mal schon mit anderen was zusammen gemacht. Ich kann mir das total gut vorstellen. Das ist doch super. Und das sind ja auch alles wahnsinnig sprachlich-gelenkige Leute und so. Das wird super. Ich habe ehrlich gesagt, weil du das antwortest mit den Null-Konkurrenz, weil die sind jetzt so langer Markt, die machen offensichtlich irgendwas sehr, sehr richtig. Und der Jens ist auch ein cooler Typ. Und er ist ja auch derjenige, der unsere Rechnungen bezahlt. Also wenn wir jetzt hier sagen würden, dass das totale Pfeifen sind, da würden wir uns quasi direkt mal ins Knie schießen. Deshalb, also alles super bei der Physikerin. Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mal so eine Crossover-Folge ist. Fände ich auch sehr spannend. Da wäre natürlich das Thema Bionik würde sich dort sehr anbieten oder Bioinspiration, Wissenstransfer aus der Biologie. Aber da habe ich euch eh schon nochmal nach. Gibt es da nicht so einen Professor aus Österreich, der sich das schon mehrfach gewünscht hat, Bionik? Ja, natürlich. Also ich sehe, da entsteht also unter den ganzen Podcasts quasi so ein Wissenschaftsuniversum, der ein interdisziplinär ist. Und ich finde das total super, wenn da die Kommunikation auch der Fachrichtungen untereinander stattfindet. Also ganz toll. Ich werde auf jeden Fall den... Ja, super. Thorsten, wir müssen übrigens in zehn Minuten über uns unseren Podcast machen. Ich werde den Link zu eurem Podcast und auch zu euren Büchern gerne in die Videobeschreibung hier packen. Und ich lade natürlich auch alle Zuseherinnen ein, auch mal euren Podcast zu besuchen oder auf jeden Fall auch einzutauchen dort in die Wissenschaft, wie ihr sie dort in dem Universum eurer Podcasts betreibt. Ich bin total froh, dass ihr hier wart. Ich danke, dass ihr meine Gäste wart. Schöne Grüße an die Julia. Und wenn ihr noch irgendeinen Abschlusssatz zu sagen habt, bitte gerne. Und irgendein Statement, was ihr noch... Abschluss jetzt, oh Gott, das trifft mich jetzt unvorbereitet. Ich nehme einfach mein Lieblingszitat, ich glaube, aller Zeiten von Alexander von Humboldt. Alles hängt mit allem zusammen. Deswegen haben auch Physik und Chemie ihre Daseinsberechtigung. Nein, das war jetzt ein Scherz. Also ersteres nicht, zweiteres schon. Liebe Leute, die Erde ist eine Bühne für das Leben. Das Leben macht das hier alles einzigartig und überhaupt gut. Lasst uns schauen, dass wir es nicht vor die Wand fahren. Heere Botschaft in die Welt.